Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure 2. Wir sind beim letzten Mal wieder hier auf der Insel der Bifiden angekommen. Und da liegt ein Typ. Helfen Sie mir. Hi, wie geht's dir? Warum liegst du hier? Was ist dir passiert? Guten Tag. Pass auf, Twinsen. Alle Soldaten suchen dich. Hm, wir können dem helfen. Da hat mich der Depp vom Dienst nämlich drauf hingewiesen. Indem wir unsere Tritonmuschel nehmen und dem so ein bisschen Lebensenergie spendieren. Hier, Moment, ich gehe mal ein Stück zurück, damit das auch nicht in der Lava landet. Das wäre nämlich nicht so toll. Ja, so ungefähr nämlich. So, na, die sammeln wir wieder auf. Hier, bitteschön. Fünf, reicht das? Ja, das reicht. Wunderbar. Wie kann ich dir helfen, um dir meinen Dank zu zeigen? Ich weiß nicht. Was kannst du mir denn bieten? Kannst du mir sagen, was ich tun muss, um die Königin der Moskibinos zu finden? Aha, das ist natürlich auch eine gute Hilfe. Sie wird im Gebäude der Building Company gefangen gehalten. Der Eingang wird bewacht. Aber von der Mine aus kannst du in die Lagerhalle daneben gelangen. Und von da aus kannst du über das Dach bis zu dem Gebäude kommen, in dem sie eingesperrt ist. Hier, nimm diesen Edelstein als Dank. Oh, dankeschön. Du hast ein Juwel aufgesammelt. Ja, der Alpengamer hat auch sehr viele Kommentare unter meinen letzten Folgen, Parts, wie auch immer, hinterlassen. Und der hat mich auf ein paar Dinge aufmerksam gemacht. Erstmal nämlich, dass es eigentlich nur neun Kleberkästchen in diesem Spiel gibt. Und zwar hätten wir das nicht auf der Insel des Feuers geholt, hätten wir auf dem Island CX später noch eins gefunden. Es gibt allerdings einen Bug, mit dem ich doch 10 Kästchen kriegen kann. Weswegen ich auch angenommen habe, dass ich eigentlich 10 finden kann. Weil ich das beim letzten Mal schon hatte. Und zwar respawnt das Kästchen in der Mine. Deswegen werde ich auch nochmal in die Mine gehen. Obwohl ich beim letzten Mal gesagt habe, dass ich da nicht hingehe. Um mir dieses Kästchen zu holen. Denn 10 Kleedadpass-Kästchen sind ja schon irgendwie cool, oder nicht? So einfach mehr sterben können, das hat was. Mehr als 10 kann ich aber nicht sammeln. Außerdem, ich glaube das war auch er, hat er mir geschrieben. Moment, ich gehe erstmal zurück hier zu der Wohnsiedlung, damit ich mal die Kleeblätter auffüllen kann. Er hat außerdem geschrieben, was ich aber schon wusste, dass es insgesamt 3 Wege in die Building Corporation, in den hinteren Teil gibt. Dort, wo die Königin festgehalten wird. Ich habe euch ja versucht, den ersten schon zu zeigen. Und zwar bin ich ja in der Mine auf das Fließband gesprungen, wo die Edelsteine abgeliefert wurden. Und habe dann den Typen erledigt, der in den Schaltern stand, um das so zu ändern, dass ich mit der Kiste durchfahren konnte. Und halt dann da oben gelandet bin. Dann wollte ich eigentlich an die Leiter dran springen. Habe es aber nicht geschafft. Und ja. Das wäre halt der eine Weg. Der andere Weg ist, einfach gerade rein durch. Und dann mit Hilfe eines Nitro Mega Pinguins weiter rein. Und der dritte ist, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es gibt an der Seite Kisten, über die man hochklettern kann. Und über die man durch das Dach in die Building Corporation einsteigen kann. Aber das gucken wir uns einfach mal an. Sehen wir dann. Ich werde wahrscheinlich die Nitro Mega Pinguin Variante verwenden. Denn das geht am schnellsten. Und das habe ich bisher nie gemacht. Ich habe das nur irgendwann mal in einem Video gesehen. Und habe mir dann gedacht, oh, das ist gar nicht mal so dumm, was die da machen. Und da bin ich eigentlich nicht drauf gekommen. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Denn wir werden ja auch gleich zur Building Corporation hingehen. Ich muss mal eben gucken. Drei Kleblätter noch. Okay. Und naja, dann sind wir halt da hingehen. Und mal schauen, was wir machen können. Der Depp vom Dienst hat mich auch darauf hingewiesen, dass es dort ein kleines Easter Egg gibt. Und zwar, ich habe ja versucht, den Typen an dem Tresen in der Building Corporation ganz am Anfang zu verletzen. Was nicht geklappt hat. Aber er meinte, dass man das definitiv kann. Und dass ich mal versuchen soll, ihn einfach zu schlagen. Und das werde ich dann auch mal machen. Und oh, ich habe keine Magie mehr. Okay, wisst ihr was? Ich hole mir noch zwei Kleblätter. Denn bei dem zweiten wird ja dann auch meine Magie voll aufgeladen. Was dann ganz nutzig ist. Denn dann habe ich wieder Magie. Weil ohne Magie lebt sich so blöd hier. Aua. Und da kriege ich auch wieder Lebensenergie. Hm? Ja, machen wir eben. So. Moment, oder war nicht draußen noch ein Kleblatt? Und bei so einem Pilz? Ach, ich habe keine Ahnung. Hä? Warum wurde das denn jetzt nicht getroffen? Moment, nochmal. Ich möchte doch das Kleblatt haben. Oder gibt es mir jetzt kein Kleblatt mehr, weil ich volle Kleblätter habe? Ja? Doch. Sehr seltsam. So, volle Magie. Jetzt bloß nichts viel raus. Ja, damit ich nicht so viel verschwende. Ja, damit lässt sich sehr gut leben. Mit so einer Magie. Dann wollen wir uns doch mal auf zur Building Corporation machen. Ne, zur Building Company. So heißt sie ja. Irgendwie verwechsel ich das die ganze Zeit. Aber ist ja auch egal. Weil ihr wisst, was gemeint ist. Ich weiß, was gemeint ist. Und ich wüsste jetzt auch nicht mal, was genau der Unterschied zwischen einer Company und einer Corporation ist. Ich glaube, eine Corporation wäre ein Zusammenschluss von mehreren Firmen. Eine Company ist eine Firma an sich. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich in der Wirtschaft nicht so besonders aus. Das, äh, verzeiht Ihnen bitte. Ich habe halt andere Gebiete, in denen ich mich gut auskenne. BWL-Wirtschaft ist jetzt nicht so meins. Das interessiert mich alles nicht. Ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, furchtbar langweilig. Ich habe ein Semester betriebswirtschaftliche Grundlagen hören müssen in meinem Studium. Und ich war froh, als es vorbei war. War zwar ganz nett, weil man nicht viel machen musste. Beziehungsweise es war nicht schwer und musste nicht viel lernen. Aber, naja. Also ich kann mir nicht vorstellen, BWL zu studieren. Das ist einfach nicht meins. Ich meine, wem es Spaß macht oder wer keine Ahnung, eine Idee hat, gut, soll es machen. Ich meine, ich mag, würde auch kein Deutsch studieren, andere machen das. Es ist halt, jeder hat halt andere Interessen und Gebiete, in denen er gut ist. Und das soll ja auch so sein. Wäre ja sonst langweilig, wenn alle das Gleiche könnten oder machen würden oder die gleichen Interessen hätten. Eigentlich könnte ich hier durchrennen mit dem Schutzzauber, aber ich habe keine Lust, meine Magie zu verschwenden. Die kann ich gleich im Gebäude der Building Company bestimmt noch gut gebrauchen. Deswegen schalte ich die Typen hier jetzt so aus, schön, weil ich das hier gerade machen kann. Weil da drin greifen die mich ja wieder alle gleichzeitig an und hier kann ich die schön einem nach dem anderen ausschalten. Oder soll ich jetzt schon mal in die Mine gehen? Hm, nee. In die Mine gehe ich, nachdem ich bei der Königin war. Dann holen wir uns da doch nochmal Juwelen und dann haben wir einfach nochmal welche. Obwohl, wirklich brauchen tun wir die nicht mehr. Können wir dann später noch auf der Insel der Moskidines welche finden. Von daher ist das jetzt nicht so wild. Aber eben das Kleeblattkästchen, das ich vorhin schon erwähnt habe, möchte ich doch gerne haben. So, hier sind wir jetzt bei der Building Company und jetzt muss ich mal gucken. Ich meine nämlich, man könnte hier noch irgendwo, Moment, kann ich hier hochklettern? Nee, das geht nicht, ne? Nee, das wusste ich. Also, das hier ist ja das Minengebäude. Und da wäre man eben, da oben wäre ich eben reingekommen und hätte an die Leiter springen können, um aufs Dach zu gelangen. Und wenn ihr mal hier drüben guckt, da ist dann auch wieder noch ein Dach, wo ich rein kann. Ähm, dann kann man wie gesagt vorne rein und die andere Möglichkeit, die dritte, die ihr erwähnt habt, kenne ich jetzt anscheinend doch nicht oder sie fällt mir gerade nicht ein. Oh, nein, die Gegner wurden, ach verdammt, daran habe ich nicht gedacht, dass die Gegner ja wieder respawnen. Ups, falsche Taste. Aber es ist jetzt auch nicht so weiter wild. Hallo, wann treffe ich dich nicht? Ja, geht doch, so. Oh, Moment, der kann mich da nicht treffen, das ist natürlich praktisch. Dann kann ich den von hier aus schön aus der Ferne ausschalten, wenn er nicht hinter das Gebäude geht. Äh, so, jetzt trifft er mich doch bestimmt wieder, oder? Ja? Naja, egal. So, mehr müssen wir auch nicht bekämpfen, ich gehe jetzt einfach hier rein. Und dann wollen wir uns mal den ganzen Gegnern stellen. So. Oh, es leckt da ein bisschen. Lass mich in Ruhe. Okay, gut. Den einen haben wir ausgeschaltet. Dann ist es auch kein Problem, dich jetzt zu besiegen. So, wunderbar. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich den Typen schlage. Gebt er mir vielleicht... Lässt er mich dann vielleicht durch? Ist das die dritte Möglichkeit? Boing. Nö. Da passiert irgendwie nix, ne? Guten Tag. Willkommen bei der Building Company. Wenn Sie hier Geld einbezahlen wollen, kümmern wir uns sofort darum. Also, Depp vom Dienst, tut mir leid, aber da passiert nichts. Ich weiß nicht, was da passieren soll. Schreib's mir bitte als Kommentar unter das Video. Ähm, du hast gesehen, ich hab's gemacht und es ist nix passiert. Boing. Boing. Naja. Was soll's. Dann kümmern wir uns mal um den Typen, der da oben steht. Ich nehm diesmal den Schutzzauber, denn wir haben hier keine gute Möglichkeit, uns irgendwo zu verstecken. Und ich möchte nicht meine ganze Lebensenergie verschwenden. Wobei, die Magie hätte ich auch nicht verschwenden sollen. Dann hätte ich mich dem Witzzauber anwenden können. Das wäre auch cool gewesen. Aber naja, egal. Wir kriegen ein Kleblatt, das ist sowieso gut. Dann ist unsere Magie wieder aufgeladen. Das werd ich gleich mal hier ausnutzen. Denn, ja gut, es sind jetzt nur zwei, die ich treffe, aber... Zwei weniger, um die ich mich kümmern muss. Was auch schon mal gut ist. Bam. Und ich krieg direkt wieder Magie. Moment, erst die untere. Das ist ziemlich schneller. Da komm ich auf jeden Fall dran. So. Zwei. Toll. Das bringt mir irgendwie nicht so viel. Aber naja, egal. Zweimal magischen Ball werfen ist auch nicht schlecht. So. Oh, da geht's rein. Ähm. Sieben. Na, das ist schon besser. Aber wenn ich da reingehe, dann sind die doch wieder hier, ne? Wub, 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 wub. Nein, ich geh erstmal die Königin besuchen. Und dann guck ich mir an, was in diesen Zimmern drin ist. Weil das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. So. Ja. Hier ist die Stelle, an der wir den Nitro Mega Pinguin brauchen. Wir haben nämlich... Wenn wir hier durchgehen, ist da ein Sensor und die Tür schließt sich. Und durch diese Tür müssen wir aber durch. So, Moment. Ich muss mal eben den Typen hier kalt stellen. Aua. Verdammt. Und den Mülleimer durchsuchen. Vielleicht finden wir da irgendwelche Pfandflaschen. Aber nein, leider nur ein Fläschchen. So. Hier hinter ist nämlich... Da ganz hinten. Da ist die Zelle. Da ist die Königin drin. Und wir wollen da jetzt rein. Deswegen machen wir folgendes. Wir stellen uns hier hin. Und lassen einfach mal so einen kleinen Nitro Mega Pinguin da durchlaufen. Ja. Der wird registriert und die Tür geht auf. So einfach kann man solche Gebäude infiltrieren. Boah, der wird Granaten. Ich glaub's nicht. Moment. Ich kann den doch von hier durch die Tür treffen, oder nicht? Jawohl. Und er rührt sich nicht. Na gut. So, du triffst uns bestimmt auch nicht. Weil du viel zu weit gehst. Vor allem im Gebäude mit Granaten werfen. Das ist jetzt nicht besonders intelligent, oder? Aber wie viel er denn da aus? Boah. So. Abwarten. Guck mal da. Da ist die Königin und zwei von den Moskibinos. Mach mir die Zelle doch mal auf. Wenn wir durch das Gebäude gesprungen, äh, durch das Dach gesprungen wären und dann in der Zelle gewesen wären, hätten wir hier so einen Ball drüber werfen müssen, um die Zelle aufzubekommen, damit wir wieder rauskommen. So. Hi. Wie geht's denn so? Hallo? Bleib nicht hier. Lauf schnell weg. Ja, keine Sorge. Ich hatte keine... Nicht Interesse, hier drin zu bleiben. Ich bin gekommen, um euch zu retten und euch zu bitten, mir die Tür zum Gang zu öffnen, der zum Eiland CX führt. Mein Planet ist immer noch in großer Gefahr. Ich muss ihn unbedingt retten. Du bist sehr mutig, Twinsen. Aber ich muss mich dem Kaiser stellen. Bald werde ich in seinen Palast überführt. Und er wird mich selbst verhören. Ich bleibe also. Hier, nimm den Schlüssel für den Gang. Lauf und rette dein Volk. Na, immerhin hat die Königin der Moskibinus so ein bisschen Anstand und Ehre, ne? Das muss man ihr auf jeden Fall zugutehalten. Du hast gerade den Schlüssel für den Gang erhalten, der zur Insel CX führt. Ob das jetzt intelligent ist, hier zu bleiben, ist eine andere Frage. Aber, naja. Wenn sie es so möchte, dann wollen wir sie nicht zu irgendetwas anderem zwingen. Hi. Nur du kannst noch den Kaiser und Darkmonk stoppen. Hm. Ja, das Schicksal lastet schwer auf unseren Schultern. Gucken wir uns mal den Schlüssel an. Da unten. Schick sieht er aus. Ja. Schöne Verzierung. Wunderbar. Dann können wir jetzt endlich zum Island CX. Hoffe ich zumindest, wenn wir denn da hinkommen, ne? Das müssen wir auch erstmal schaffen. Aber zumindest ist jetzt eine Barriere weniger im Weg. Und wir können uns wieder dem Wesentlichen widmen. Und müssen nicht irgendwelche Nebenaufgaben machen, wie Königin retten und so. Ja. Aber bevor wir zum Island CX gehen, möchte ich jetzt doch erst einmal gucken, was in diesen Nebenräumen ist. Und dann geht's ab in die Mine. Also, ich denke mal, in diesem Part hier schaffen wir es nicht mehr, nach Island CX zu gelangen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das Spiel ist auch so schön. Wir müssen ja nicht durch die Hauptstory durchrennen. Das wäre ja auch blöd. Oh. Oh. Ah, ich wechsle gar nicht das Gebiet. Das ist natürlich doch klasse. Moment, kann ich mit dir reden? Hi. Guten Tag. Wie geht's dir? Achten Sie darauf, dass Sie die Tür gut schließen. Hier wird der Respekt schon mit dem kleinsten Lufthaus weggepustet. Was? Der Respekt? Auch cool. Naja, du musst aber jetzt... Aua. Oh. Ja, das passiert, wenn ich versuche, irgendwelche unschuldigen Zivilisten zu töten. Komm. Versuch... Wow. Versuchen wir mal, den zu schlagen. Das geht nicht. Hm. Dann möchte ich wenigstens das haben, was hier drin ist. Komm. Gib mir. Gib mir. Ich will das aufmachen. Tönse, mach es auf, bitte. Mach es bitte auf. Ich brauche wahrscheinlich einen Schlüssel. Gib mir deinen Schlüssel. Ich kann den nicht verletzen, oder was? Och, das ist doch langweilig. Ist hier ein Schlüssel drin? Nö, Zauberzwang. Dann gucken wir doch... Oder da, Moment. Hier ist auch noch was drin. Nicht? Ach, das ist doch doof. Und ich vergesse schon wieder, den Aktionsknopf zu drücken. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Vielleicht finden wir hier noch einen Schlüssel. Oh. Oh, da ist ein Geheingang. Seht ihr das? Vielleicht ist das der dritte Weg, von dem der alten Gamer geredet hat. Hm. Könnte gut sein. Das muss ich mir näher anschauen. Nachdem ich den Typen hier ausgeraucht habe, der da... Äh, ausgeraucht. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, ausgeraubt. Und dann irgendwas mit rauchen, weil er hier den Zigarillo raucht. Oder die Zigarette. Aber, naja. Guten Tag. Äh, guten Tag. Ähm, ich bin der Direktor dieses Unternehmens. Sie sind ohne Termin hereingekommen. Haben Sie vielleicht gerade eine große Geldzimmer bei uns einbezahlt? Nein. Habe ich nicht. Nein. Die Nase. Und er gibt uns direkt den Schlüssel. Cool. Ah, schön. Hehehe. Ja. Der ist zwar Direktor und Vorstand hier, aber... Wirklich, was ist denn, Kasten hat der nicht, ne? Dann können wir das jetzt hoffentlich ausschließen, oder? Nicht? Ja, hä? Was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Also, das interessiert mich doch jetzt schon. Irgendwas muss ich hier doch machen können, oder ist das für die Statue der Schlüssel? Puh. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ne, die kann ich so wegschieben. Hm. Das ist jetzt... Ah, da kann ich was ausschließen. 150 Slithos. Boah, wie genial. Hohohoho. Schön. Schön. Hahaha. Genial. 227 Slithos haben wir jetzt. Boah, wir haben ausgesorgt, Leute. Genial. Wie schön. Wunderbar, dann haben wir hier jetzt nichts mehr zu suchen. Hehe. Wir haben genug Geld. Jetzt müssen wir uns nur noch genug Juwelen besorgen. Und ein Kleeblattkästchen, dann sind wir an unserer Lebensende glücklich. Dann haben wir ja eine super Rente hier. Hm. Ich versuche nochmal den Typen hier irgendwie zu überreden, mir irgendwas zu geben, na? Möchtest du nicht was mir geben? Willkommen bei der Building Company. Nein, ich möchte nicht Geld einbezahlen. Ich möchte Geld haben. Ach. Naja, vielleicht hat er der Pondinsas auch verwechselt und meinte den Typen da drin, den Direktor. Aber naja. Was soll's? Wir haben Geld. Das ist alles, was zählt. Und wir wollen in die Mine mit dem Schutzzauber. Aber ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ihr könnt mir sowieso nichts anhaben. Der Hund war eher schon. Äh. Renn, Tüssen. Äh. Nein. Aua. Ah. Du blöder Mistköter. Moment, ich entlege dich mit meinen bloßen Fäusten. Mö. So. Wir haben noch etwas Zeit. Ja, das hier wäre ja eben der zweite Weg gewesen, von dem ich auch geredet hatte, den ich euch schon in einem vorherigen Part gezeigt habe. Also, falls ihr alles gesehen habt, dann habt ihr das sowieso schon gesehen. Von daher ist das jetzt nicht weiter schlimm, dass ich da jetzt nicht lang gehe. Ähm. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo das Kleberkästchen war. Aber, das werde ich schon finden. Ich laufe einfach alles mal ab. Ach so, das war doch mit dem Kran, ne? Ah. Ja, dann müssen wir da hin. Okay. Dann, dann halte ich mich jetzt auch gar nicht mit dem, äh, Wursti da auf. Sondern laufe direkt hier durch die, an dem Laberwasserfall vorbei. Oh, nein. Ja, die greifen nicht mal noch an, weil ich das Fragment geklaut habe, ne? Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, die halten aber ziemlich viel aus. Ich glaube, die Steine, die der nach mir wirft, kann ich auch theoretisch mit meinem Handschuh zurückschlagen. Muss ich, glaube ich, beim nächsten Mal ausprobieren. Boah, wie viel hält der denn aus? Ich glaube, ich spinne. Und dann droppt der mir nicht mal was. Huiuiuiuiui. Ach, da bist du? Kann ich dich eigentlich verletzen? Das muss ich mal ausprobieren. Nö. Na gut. Dann, aua. Ich kann mich nur selbst verletzen. Oh, 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 oh. Moment, Handschuh. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Komm her, komm her. Aua. Aua. Na komm, na komm. Aua. Na komm. Hm, irgendwie klappt das nicht. Aber ich habe bisher auch noch nicht richtig getroffen. Nein, ich kann das anscheinend nicht zurückwerfen. Schade. Dann bleiben wir bei der Altbewährten Methode des Lasers. Ist ja auch gut. Ist ein wenig technologisch fortgeschrittener als so ein kleiner Stein. Stürb, stürb, stürb. Ey. Wie viel Lebensenergie hast du? Wie viel Lebensenergie hast du? Mein Gott, das möchte ich auch haben. Ach, der hat mir auch nichts gejobbt. Dann kriegst du mir wahrscheinlich auch nichts. Ach, ich laufe einfach vorbei. Und das ist tatsächlich das zehnte Kleeblattkästchen, was wir eigentlich nicht kriegen durften. Aber das ist mir jetzt egal. So, einmal dahin bitte. Und schnapp. Nein, das war etwas daneben. So, jetzt aber. Komm. Hä? Jetzt. Ich habe es nicht richtig gehabt. So, Dankeschön. Und unser zehntes Kleeblattkästchen. Yay. So, ein bisschen Bug-Use hier. Ist ja auch schön. Zehn. Ach, das sieht doch jetzt wunderschön aus. Findet ihr nicht? Ja. Da wäre eigentlich fast noch mehr Platz für ein weiteres. Aber ich weiß ja leider, dass es jetzt wirklich nicht mehr als zehn geht. Schade, schade. Aber muss man halt mit leben, ne? Ich meine, kann ich mich auch mit arrangieren. Mehr oder weniger. Ey. Gebt da. Mein Gott, lass mich hier durch. Glücklicherweise hatte ich jetzt den Schutzzauber. Sonst hätte das uns ziemlich schnell umgebracht. Weil dieser Zug sehr, sehr viel Schaden macht. Hü. Naja, die Juwelen lasse ich jetzt hier einfach liegen. Die brauchen wir ja nicht. Stattdessen werde ich direkt mal zum Fährmann laufen. Und wir gehen dann mal wieder zur Insel der Moskipinos zurück. Und benutzen den Geheimgarten. Aua. Mann, Mann, Mann. So, ja. Zeit haben wir auch noch. Genüge. Das ist in Ordnung. Zu. Ja, komm, Schutzzauber. Ist mir jetzt hier egal. Der ist. Ich hab genug Magie. Ich werd sowieso jetzt nochmal eben in das Haus gehen, um mir noch ein zusätzliches Kleblatt zu holen. In das neue Kleblattkästchen. Und dann kann ich auch meine Magie wieder aufladen. Äh, indem ich mir einfach ein weiteres Kleblattkästchen... Äh, blub, blub, blub. Kleblatt hole. Ich verspreche mich irgendwie in dieser Folge viel zu oft. So, ich verhaspel mich die ganze Zeit. Das ist total nervig. Ich weiß nicht, beim Zuschauen vielleicht ist das nicht so nervig. Aber mich beim Aufnehmen stört das doch ziemlich. Aber naja. Hauptsache, ich krieg's trotzdem gut aufgenommen. Ich verhaspel mich nicht bei jedem zweiten Satz. Das ist auch schon mal was. Also, es gibt ja andere, die sind, ähm, nicht so eloquent wie ich. Auch wenn ich mich jetzt nicht so als besonders eloquent und wortgewandt bezeichnen würde. Aber immerhin kann ich doch durchgehend sprechen. So. Das war das Wort zum Sonntag. Und dann sogar Sonntag. Ach, was für ein Zufall. Zumindest noch haben wir Sonntag in... Na, halt nicht mal einer halben Stunde haben wir Montag. Ich hab keine Lust. Aber naja. Muss sein, ne? Und ich laber mir hier wieder so ein Blödsinn zusammen. Wenn irgendwer das in einem halben Jahr guckt, dann denkt er sich so... Boah, was erzählt der denn da für'n Scheiß? Interessiert doch keinen Mensch. Keinen Mensch. Aber naja. Jetzt ist es zu spät. Ich werd garantiert nicht nur wegen so einem Blödsinn die Aufnahme nochmal neu starten. Also, äh, das mach ich wirklich nur, wenn ich absolut unzufrieden mit meiner Aufnahme bin. Und das kommt nur sehr, sehr selten vor. Also, und irgendwie hat das ja auch was Authentisches, wenn ich dann solche Ausschweifende... Ähm... Ja, wie nenne ich das jetzt? Fährmann, ich muss übers Meer. Bring dein Boot zu mir hierher. Ein Edelstein bezahlt die Fahrt, wenn das Land nur recht bald naht. Ausschweifende... Ähm... Ähm... Redeschwelle... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann man... Kann man bei einem Let's Player überhaupt von Redeschwellen reden? Ich mein, man redet doch sowieso die ganze Zeit, ne? Und, äh... Da kann man ja nicht wirklich unterscheiden zwischen Redeschweil und Nicht-Redeschweil. Weil es sollte eigentlich durchgehen, die gleiche, äh, Rede, Kapazitätsmenge, wie auch immer man das bezeichnen möchte, sollte jedenfalls durchgehend ähnlich sein. Ne? Ich möchte nicht in die Lava fallen, aber ich kann den grad nicht anreden, so. Guten Tag. Okay, wunderbar. Wer über den Feuerozean will, muss einen gerechten Preis dafür bezahlen. Die Überfahrt kostet vier Juwelen. Wohin willst du? Klingt fair. Ich möchte bitte auf die Insel der Moskibinos. Und ab geht's. Dum, 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 dum. Das Feuertaxi. Ja. Ich hoffe, wenn irgendwann mal unsere Erde auch so aussehen sollte, oder wir auf einem fremden Planeten irgendwann mal eine Kolorini haben, und ich da durch Zufall leben sollte, was zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber man weiß ja nie, und es dort eben halt auch solche Feuerozeane gibt, dann würde ich auch gerne so einen Fährmann haben. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das alles vollkommen unrealistisch ist, dass das Boot verbrennen wird, und ich auch, weil es viel zu heiß in der Nähe der Lava ist. Ich würde das trotzdem gerne machen, weil es einfach cool aussieht. So, he, he. Dum, 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 jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da hinten patrouilliert immer noch so ein Würstchen. Wie sieht es jetzt im Inneren des Baus der Moskibinos aus? Ja, das muss bestimmt, das sieht bestimmt nicht gut aus. Ich ahne Schreckliches. Aber mal abwarten. So, danke für die Fahrt. Ich muss mal das Superjetpack nehmen. Und dann sammeln wir erstmal wieder ein paar Juwelen ein. Hier müssten ja zwei liegen, oder drei, ich weiß es gerade nicht. Du hast ein Juwel auf. Ja, ein Juwel, danke schön. Ein sportlicher Modus und falsche Waffe. Ich möchte den Laser haben. Denn mit denen hier ist nicht zu Spaß. Das sind zwei, die so richtig viel aushalten und die Granaten werfen. Moment, erstmal dich hier, komm. Aber nee, das sind so Typen mit Maschinenpistolen, ne? Ich weiß gar nicht, wie die aushalten. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, fünf, okay. Das geht noch. Das ist jetzt nicht so ultra schwach. Das ist aber auch nicht unglaublich stark. Ja, toll, den kann ich nicht treffen, weil die Blumen bewegt sind. Die Blumen sind stärker als der Laser. Ich glaub's nicht. So, was auch ein kleines, cooles Detail. Moment, das kann man von hier aus nicht sehen. Die Flagge, die haben nämlich die Flagge ausgetauscht. Moment, man kann irgendwie, das muss ich mal eben nachsehen. Man kann nämlich, da hat mich auch irgendwer drauf hingewiesen, man kann die Kamera ändern. Moment, da war es doch. Das ist da so eine Konfiguration. Man kann nämlich da unten, nächste Kameraeinstellung und vorherige Kameraeinstellung. Ziffernblock P und Ziffernblock M. Hä? Ich hab keinen Ziffernblock. Moment. Ich probier mal aus P. Nee, das ist Pause. M. Hä? Moment. Ja, ich kann, ich hab den, 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 den Nummernblock, aber ich hab doch keinen Ziffernblock. Bild hoch, Bild runter vielleicht? Nö. Ach, wisst ihr was, dann stelle ich das einfach mal eben um. So, wo haben wir es denn hier? Ja, doch da, Bild auf, Bild ab, hab ich doch grad gedrückt. Als, äh, zweite Taste. Warum hat das nicht funktioniert? Moment. Moment. Hä, die haben, da ist ja gar keine Flagge dran, oder? Doch, da, man sieht's jetzt. Vorher war da die Flagge der Moschie Minus. Und jetzt weht dort die Flagge des Imperiums. Also, auch ein ziemlich cooles Detail. So. Ja, deine Granaten fliegen viel zu weit. Du kannst mich nicht töten. Du kannst mich nicht töten. Geh einfach nach Hause. Du hast ein Juwel auf. Zurück zu deiner Familie. Na, zu spät. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier hoch. Diesmal haben wir ja leider nicht den Komfort, dass uns da so ein Moschie Bino hochfliegt. Deswegen müssen wir da klettern. Aber, das tut der Figur auch gut, ne? Twinsen. So ein bisschen Sport hat noch niemandem geschadet. Wobei, ähm, letztens, also vor kurzem, heute, glaube ich, ist ein Fußballer in einem englischen Fußballspiel zusammengekippt. Und, ähm, Herzinfarkt. Da war ich schon ziemlich erstaunt, weil 23 und Profisportler, da erwartet man sowas eigentlich gar nicht. War schon ziemlich, äh, heftig. Das Spiel wurde auch abgebrochen. Ich meine, ich interessiere mich nicht viel Fußball, aber das lief halt heute in den Nachrichten. Deshalb weiß ich das. So, und irgendwie ist hier nichts mehr mit Kämpfen los. Es ist nur noch dieser Wächter hier. Und die ganzen Moschie Binos sind weg. Also haben anscheinend die Soldaten des Kaisers gewonnen. Puh, nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich hoffe, wir kommen noch zum Island CX. Wenn nicht, ähm, wäre ziemlich schlecht. Dann wäre unser Planet verloren. So, aber bisher kein Widerstand. Hm. Mal schauen. Was erwartet uns? Oh, oh. So viel zu, kein Widerstand. Moment. Geh weg, Twinsen. Aua. Ich muss erstmal, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ah, der kommt hier runter. Was? Oh, lass mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich erstmal deine Hand lange ausschalten, aber du lässt mir jetzt keine andere Wahl, Aua, als dich zuerst zu erledigen. Moment. Schutzzauber. Ah, ich bin so doof. Ich hätte den Blitzzauber einsetzen können. Dann hätte ich ihn sofort besiegt gehabt. Ah, zu spät. Naja. Aber immerhin mit dem Schutzzauber kann man jetzt hier auch schon mal schön was machen. Also das ist sehr gut, dass ich den jetzt hier hab. Sonst hätte mich dieser... Wieso? Ist das ein Ork? Dann hätte mich dieser Ork ziemlich fertig gemacht. Ihr seht ja, wie viel er aushält. Und, ähm... Wie viel er denn Schaden macht. Und ich hab gleich keine Magie mehr. Verdammt. Uh-oh. Uh-oh. Stirb. Stirb, 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 bitte. Oh, war das knapp. Aua. Oh, war das knapp. Viel zu knapp, Leute. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Hui, ui, 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 ui. Naja, aber wir haben es ja geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die zwei Hand lange ausschalten. Das dürfte jetzt weniger das Problem sein, denn die sind nicht so besonders stark. Im Gegensatz zu den Typen. Das war der dritte Boss jetzt in dem Spiel. Uh. Nicht schlecht. Ich frag mich, woher die die Kreaturen haben, von welchen Planeten. Also da muss es ja noch mehr geben. Wir hatten ja auch die Touristen, diese Giraffe und die Ameise. War da noch irgendwer? Ich weiß es gerade nicht. Und das muss ja wirklich heißen, ja und sowieso das Touristikbüro, das muss heißen, dass es noch mehr Planeten gibt. Und ich hoffe, falls es jemals einem Little Big Adventure 3 rauskommt, dass wir dann noch mehr Planeten erforschen können. Also das wäre ziemlich cool. Würde ich mich ziemlich drüber freuen. Also natürlich auch noch wieder alte Gebiete. Schön neu aufgemacht, wie zum Beispiel die Wüsteninsel. Hier im Vergleich zwischen LBR 1 und 2, ne? Im neuen Gewand. Aber dann eben auch neue Gebiete. Also das sind ziemlich viele Möglichkeiten. Wie auch immer. Wir sind jetzt hier. Und ich benutze einfach mal den Schlüssel für den Gang nach CX. Hui, es kommt einfach nach hinten. Und wir gehen durch. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, schön noch mit rotem Teppich, ne? Muss ja auch hübsch sein. So, ich sammle noch das hier ein. 60! Ja, da merkt man schon, die wollen uns darauf vorbereiten, was kommt. Nun gut. Dieser Aufzug führt nach oben. Aber den Aufzug werde ich jetzt noch nicht nehmen. Denn ich mache hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!